Was geht hier vor, Kirk? Puzzlewit erinnert sich. Zyron die Fofotrihydrogenen-Bagasen. Oh Gott. Thema, Verdrahtungssysteme behelfsmäßig für kryptologische? Erinnert sich Puzzlewit vielleicht daran, den klimonischen Weltraum beflogen zu haben? Die Paralinsen wurden alle vor dem Abflug kopiert. Es wurden keine neuen Verschlüsselungen zugelassen. Wir konnten nur lesen. Ich konnte nur lesen, nicht schreiben. Das ist stillerer Unsinn, Käpt'n. Warum sollte ein Computer-Terminal ausschließlich ein Leseinterface zulassen, frage ich sie. Die Erbauer trauten uns nicht. Dachten, wir wären unfähig. Wir waren die Geschädigten. Nun ist das Lesegerät beschädigt. Genauso zerbrochen wie Puzzlewit. Wie wir alle, wie Tuski. Die Paralinse kann nicht ersetzt werden. Das Lesegerät kann nicht repariert werden. Puzzlewit kann nicht repariert werden. Jetzt nichts zu lesen. Nichts zu lernen. Zu erinnern. Jetzt dumm wie Tuski. Die ganze Sache ist Quatsch, wenn Sie mich fragen. Alles andere als Quatsch, Käpt'n Kirk. Die Archivdaten, die diese Frau gelesen hat, wurden gänzlich in ihr Hirn eingespeist, obwohl sie nicht in der Lage ist, sie zu verstehen oder sie in geordneter Form des Gedächtnisses zurückzurufen. Sie glaubte, wenn sie ihr Hirn füllen, das heißt genügend Kenntnisse erwerben könnte, dann würde das Verständnis folgen. Nun zieht sie ihre Persönlichkeit zurück, denn sie weigert sich, den Verlust aller Informationen, die sie bisher noch nicht lesen konnte, zu akzeptieren. Sie setzte alle Hoffnungen darauf und ohne diese Hoffnungen konnte sie den Lebenswillen verlieren. Wissen sie jetzt alles, was sie weiß? Nein, Käpt'n, klar. Dieses Volk hat sehr ungewöhnliche Gedankenmuster. Und ich habe Glück, dass sie in einem derartig passiven geistigen Zustand ist. Sonst ist es sehr wahrscheinlich, dass ich mir Verletzungen zugezogen hätte. Jetzt drehen die schon die Wörter um. Überdies handelt es sich bei ihren Kenntnissen um eine äußerst seltsame Zusammensetzung, die das ungleichmäßige Fortschrittsniveau dieser Gesellschaft widerspiegelt. Es koexistieren überkommene und erstaunliche technische Durchbrüche. Es gibt also eine Menge von dieser Frau und diesem Schiff zu lernen. Ein Wissen, das die Föderation gern mit Freunden teilen würde, Käpt'n, klar. Lassen sie diese außerirdischen Frau nicht zustoßen, Käpt'n. Sollte sie sterben, dann betrachte ich das als Zeichen dafür, dass sie ihren Tod einem Austausch ihrer Kenntnisse mit dem Klingonischen Reich vorziehen. Käpt'n, klar. Wenn ich sie an Bord der Enterprise nehmen würde, dann könnte ich ihr vielleicht helfen. Versuchen sie das nicht, Erdlemen. Ich und... Wie ich erwartet habe, sie wollen sie verschleppen, Käpt'n. Und ich dachte, einige Leute an Bord dieses Schiffes wären paranoid. Meine Herren, Käpt'n, klar. Es ist auch in unserem Interesse, dass diese Frau im Leben bleibt. Nicht, weil wir hierhin aussaugen wollen, sondern weil sie ein wichtiges Lebewesen darstellt und für das Universum genauso von Bedeutung ist wie nun ihr Gefährte hier. Vielleicht sogar noch mehr. Nö. Nö. Dr. McCoy wird sein bestes versuchen. Mehr können wir nicht erwarten. Mehr würde ich auch nicht erwarten. Auf Wiedersehen, Käpt'n. Und wir werden uns wiedersehen. Kann er jetzt reparieren? Nö, kann er nicht. Ich dachte, der hat jetzt genug Infos aus hier rausgezogen. Sollte sich nahe legen, dass ich eine vulkanische... So, ich habe hinsichtlich dessen meine Zweifel, wenn ihr Geist befand sich im Rückzug, als es das letzte Mal versucht wurde. Ich glaube, es würde einen endgültigen Zusammenbruch zur Folge haben. Okay. Okay, dann halt nicht. Bevor wir die jetzt komplett verrückt werden lassen, die Frau. Aber wirklich helfen hat es uns jetzt ja nicht, oder? Vielleicht hat ja Spock Wissen mitgekriegt, ohne dass ich es mitgekriegt habe, oder sowas. Der ältere Außerirdische öffnet kaum seine Augen, um sie anzublicken, schließt sie dann wieder und legt sich zurück. Wir haben geschlafen. Die Tätigkeit eines Herrschers ist ermüdend. Schöne euch vor, wenn ihr müsst. Andernfalls lasst mich in Ruhe. Na, dann mach du das nochmal. Das steht doch auf, ne? Das ist aber auch ein... Faucht sie böse an. Wir ließen euch als Wächter des Throns zurück, um die Niederen daran zu hindern, sich während meiner Abwesenheit widerrechtlich unseres Platzes zu benächtigen. Was habt ihr zu sagen? Ähm... Ähm... Okay. Okay, ich tue es einfach so, als wäre ich immer noch eine Königin. Nein, ich, äh... Euer höchst mächtige Majestät, ich überließ den Thron der Aufsicht des königlichen Hüters, Kun-Ju-Fu, der keinen Würde der Unwürdigen gestatten würde, dort zu sitzen, ohne zuerst seine Blutlinie und seine adeligen Vorrichte zu prüfen. Geht da was verwirrt aus? Ihr denkt, ich sei ein Dummkopf, nicht wahr? Wir wissen, der Bauer haben keinen Unerschrockenen in unser Heim gelassen. Genug ist genug. Hm. Naja, ich hätte doch die andere Auswahl versuchen können, aber ich wollte nett sein und ein bisschen rumflunkern. So, Decke mitgenommen. Klappt sogar. Ihnen fällt auf, dass das grobe Gewebe der Decke recht kratzig ist, doch scheint sie dick und warm zu sein. Wir reparieren den Hightech-Computer mit einer dicken Warndecke. Gibt nichts Wichtigeres. Kann ich hier irgendwas noch mitnehmen? Das sieht alles irgendwie nicht so danach aus, ne? Ja, wir haben das hier schon mit dem... Irgendwas mitnehmen, die können nichts nehmen. Eine umgekippte Spielzeugküste hat nichts mit unserer Mission zu tun. Ja, das weiß ich ja. Jim, in einem Betracht des Geisteszustand dieser Leute sollten wir ihre Umwelt besser nicht beschädigen. Doktor, was wir nicht benötigen, sollten wir liegen lassen. Das empfehle ich. Na gut, also erstmal wieder zurückgehen und gucken, ob Spock was gelernt hat von der komischen Frau. Ich bin gut und komme auch direkt mit, ne? Kriegst du das jetzt hin? Den Informationen nach, die ich aus meiner Interaktion mit Puzzlewit entnommen habe, werden wir zur Reparatur ein Verbindungsstück und etwas Kabel brauchen, Käpt'n. Okay, wir haben... Ne Decke als Verbindungsstück? Nein, okay. Also wieder Kabel suchen. Ist ja nicht so, dass wir jetzt noch nie ein Kabel gesucht hätten. Können wir das nicht einfach aus dem kaputten Computer rausreißen? Müsste doch eigentlich möglich sein. Ne? Weiter gehen. Doch mal ab zum Computer... Kaputten Computer. Ja, war hier runter. Ne, ja. So. Ja, ich fühle mich immer noch blendend. So, nein, so. Versuch's mal mit... Nehmen. Sie können nichts nehmen, so ein Mist. Kannst du jetzt, wie lange, indem du das rausgefunden hast, da ein paar Kabel rausziehen? Kann nicht repariert werden. Du solltest ja nicht reparieren. Du solltest ein paar Kabel rauszupfen. Ist ja nicht so, dass da nicht genug raushängen würden. Können wir die arme Frau in die Decke packen? Nö. Dann hat's halt Pech gehabt. Hallo Kirk. Seien Sie alle willkommen. Sie fühlen sich unwohl, nicht wahr? Mir geht es gut. Lassen wir dieses Thema. Nun gut. Ihnen geht es offensichtlich nicht gut. Das weiß ich. Sie müssen uns nicht zuhören. Obwohl Sie das sicherlich tun sollten. Es ginge Ihnen bestimmt besser, wenn Sie etwas essen würden. Gibt's noch etwas anderes, über das Sie gerne sprechen möchten? Ja, wir möchten, dass er hilft. Ich kümmere mich, so gut wir können, um die an Bord befindlichen Personen. Die Betreuung der Beschädigten ist unsere Priorität. Sind wir einmal gelandet, dann wird Ihnen Hilfe zu kommen, wie ich sie mir selbst noch gar nicht vorstellen konnte. Die Erbauer werden neue Kenntnisse, neue Durchbrüche errungen haben und Sie werden nicht mehr so verwirrt und unruhig sein. Würden Sie die Erbauer nach Ihrem langen Nickerchen nicht gern wiedersehen? Schlafen? Wovor reden Sie, Fels? Wer sind die Erbauer? Die Erbauer installierten das Paralinsenarchiv, um mit Fragen wie den ihrigen zu helfen. Doch leider ist Tuskhin gekommen, als es ihm nicht gut ging. Er scheint das Archiv beschädigt zu haben. Wir versuchen es zu reparieren. Dieses Schiff, die Kompassion, wurde von den Erbauern konstruiert, um Leute wie sie, die Beschädigten, schlafen zu transportieren. Wir waren die beste Intelligenz, die die Erbauer installieren konnten, obwohl wir nun nach mehreren Generationen sicherlich kaum mehr als ein veraltetes Relikt darstellen. Der Zweck bestand darin, dass die Erbauer mit der Zeit Heilmittel und Lösungen finden würden, die sie und die anderen jetzt haben. Nach unserer Landung werden Sie ihnen helfen. Sie werden sich sogar besser fühlen, als nach einer satten Mahlzeit. Ein Schlafschiff, Käpt'n. Die Erbauer brachten alle Unerwünschten an Bord und transportierten sie ins All. Warum sind Sie also alle wach? Das wäre durchaus wünschenswert. Nein, Dr. McCoy. Die Erbauer und wir lieben Sie eh nix. Warum sonst wurde ich programmiert, um Ihnen Sicherheit zu gewährleisten und Sie vor der Landung aufzuwecken, sodass wir alle nach Schambram zurückkehren können, um von unseren Urgroßenkeln begrüßt zu werden. Käpt'n, darf ich? Zwei Fragen, Face. Wie lange ist es her, dass Sie uns aufweckten und wie viel Zeit ist vergangen, seit die Erbauer dieses Schiffs starteten? Sie wurden kurz vor der Landung aufgeweckt. Wir flogen von 99 Ekins ab. Können Sie das für mich in die Halbwertszeit eines radioaktiven Isotops übersetzen? Die Hälfte des Isotops von Silikon 32 ist seit Beginn unserer gemeinsamen Reise zerfallen. Na dann? Käpt'n, der Fähe sagt, dass sich das Schiff erst seit ungefähr 280 Erdenjahren im Weltall befindet. Atavis hat Ruinen, von denen die jüngsten über 1000 Jahre alt sind, aber keine empfindungsfähigen Lebensformen. Andernfalls wäre der Planet für die Kolonialisierung durch die Föderation nicht geeignet gewesen. Faner zeigen die Messungen, die ich durchführte, während wir noch auf der Enterprise waren, dass sich dieses Schiff wahrscheinlich eher schon 1600 Jahre im Weltraum befindet. Können Sie uns das in eine Halbwertszeit eines radioaktiven Isotops übersetzen, Mr. Spock? Meiner Messung nach ist das Radon 226 in der Zeit, in der Sie sich im Weltraum aufgehalten haben, zur Hälfte in Radon 222 zerfallen, Face. Sie irren sich. Was für Instrumente hätten Sie ohne mein Wissen dazu benutzen können, Mr. Spock? Die externen Monitoren sind niemandem zugänglich, wie Sie sehr wohl wissen. Es wäre nicht empfehlenswert, jemanden, der derartig durcheinander ist, wie Sie es offensichtlich sind, Zugang zu empfindlichen Bereichen zu gewährleisten. Ich schlage vor, Sie essen etwas. Sie sind sichtlich verwirrt und fühlen sich nicht wohl. Hm. Okay, ist es möglich, dass Sie nicht nachdenken oder sich unwohl fühlen? Hm. Mir bewusst, dass wir nicht von hier stammen. Und dass wir uns da eh nicht glauben. Na, nehmen wir mal das hier. Mir geht es gut, Captain Kirk. Glauben Sie, wir denken nicht richtig oder fühlen uns nicht wohl? Sie haben die Befehlsgewalt über ein Raumschiff, das seine Absicht zum Ausdruck bringt, auf unschuldigen Kolonisten zu landen. Wollen Sie, dass ich dieses Schiff in die Luft sprengen? Sie haben das Bedürfnis, großen Zornluft zu machen, Captain Kirk? Sogar wir haben manchmal dieses Bedürfnis. Ich kann leider nicht in das Spielzimmer gehen, aber Sie können es. Sie möchten doch Ihren Ärger und Ihre Frustration bestimmt ein wenig abreagieren, nicht wahr? Was müssen Sie denn lernen? Wie kann ich Ihnen verständlich machen, dass Sie mit Ihrer Landung auf Atavis empfindungsfähige Lebewesen töten werden? Eine raffinierte Frage, Captain Kirk. Ihnen geht es nicht gut und Sie erwarten von mir, dass ich Ihnen sage, wie Sie uns reinlegen können. Doch sind meine externen Monitore für Sie nicht zugänglich? Sie können uns also nicht mit einem Trick dazu bringen, zu glauben, dass etwas existiert, das nicht existiert. Wenn es auf dem Planeten, dem wir anfliegen, Siedlungen gäbe, wo sich meines Wissens nach ein Raumschiff-Landefeld befindet, dann würde ich sicherlich nicht landen. Doch wären die Erbauer nicht so töricht? Sie wüssten, wir würden zurückkehren und wann. Sie verstehen nicht, doch das ist zu erwarten. Die Beschädigten haben manchmal Verständnisschwierigkeiten. Vergessen Sie nicht, dass wir Sie lieben und uns um Sie kümmern werden, bis die Erbauer ihre verwirrten Gedanken heilen können. Hätten Sie das nicht gerne? Faze ist Ihnen bewusst, dass wir nicht von hier stammen. Dass wir von einem anderen Schiff kommen, einem ganz anderen Planeten, dass sogar Mr. Spock hier, einem anderen Volk angehört als wir drei. Von Zeit zu Teil fühlt sich jemand einmal ausgeschlossen. Natürlich sind Sie einer von uns, Captain Kirk. Glauben Sie, wir werden Sie weniger lieb haben? Möchten Sie mir erzählen, warum Sie sich heute von den anderen ausgeschlossen fühlen? Boah, es ist ja wohl wirklich. Faze, scannen Sie mich, scannen Sie meine Gefährten, scannen Sie andere Leute auf diesem Schiff. Entstammen wir überhaupt demselben Volk? Ihnen geht es nicht gut, das ist richtig. Die Erkenntnis, dass es Ihnen nicht gut geht, ist der erste Schritt, die Hilfe zu erhalten, die Sie benötigen, Captain Kirk. Ich werde Ihnen helfen, wenn Sie möchten. Zuerst sollten Sie aber etwas essen und sich ausruhen. Würden Sie das nicht sehr gern tun? Boah, nein, das glaube ich nicht. Lassen wir das Thema. Sie werden sich besser fühlen, wenn Sie etwas gegessen haben, mein Lieber. Nun gehen Sie bitte, ich habe viel zu tun. Sie können ein anderes Mal wiederkommen, um mit uns zu reden. Boah, also bei denen kriege ich ja hier... Kriege ich Hals, kriege ich da. So... Aber was nun? Wir brauchen Kabel und ein Verbindungsstück. Und wir haben... ...was zu essen, Obst und eine Decke. Doch, und Klingonen, die einen auf den Keks gehen. Und wir brauchen Klingonen, die einen auf den Keks gehen. Was ist denn da jetzt? Ist die Lampe von der Decke gefallen? Warum hat man einen Knopf dafür, um da oben die Lampe zu öffnen? Es gelingt Ihnen, ein Stück des Kabels und eine Leuchteröhre zu lösen. Okay, ich habe eine Leuchteröhre und ein Kabel. Das war jetzt ja doch... Naja gut, deswegen muss also der König da weg. Ja, und erst mal wieder zurück. Wir haben jetzt unsere Kabel und eine Leuchteröhre. Vielleicht reicht das ja auch, um den Computer zu machen. Zählt eine Leuchteröhre als Verbindungsstück? Na gut, man kann zwei Sachen damit verbinden, aber... Mal gucken. Ansonsten haben wir da eben halt gleiche Licht drin. So. Einmal Kabel. Was mache ich jetzt mit der Decke? Die Informationen, die ich Puzzlewitz-Gedanken entnommen habe, deuten darauf hin, dass es eine delikate, komplizierte Operation sein könnte. Ich denke, wir sollten mit dem Verbindungsstück des Beleuchtungskörpers beginnen, um diese Reparaturen durchzuführen zu können, Käpt'n. Okay. Leuchterröhre. Ach, das kann ich jetzt machen. Wenn sie es mir herbringen und ich es mir anschauen könnte, dann hätte ich vielleicht einen besseren Vorschlag. Warum zeigen sie es mir? Habe ich nicht viel auf, dass er seinen Käpt'n einen verschuldenen Blick zuwarf, als er das sagte. Okay. Habe ich doch noch verwechselt. Haben die selbe Farbgebung wie... Bei der Föderation. Ich habe mit Ähnlichen gearbeitet, als ich jünger war. In Anbetracht unserer Umgebung mag Ihnen dieses... Mag Ihnen dies vielleicht nützlich sein. Okay, jetzt haben wir die Verbindungsstücke. Ich weiß nicht, wie ich das verwende. Gestatten Sie, Käpt'n. Lassen Sie mich das machen. Die Informationen, die ich Puzzlewitz hier entnahm, deuten darauf hin, dass dies eine delikate, komplizierte Operation sein könnte. Sie werden sehen, es passt genau hier rein.